Das sind keine Fische, das sind Oktopus. Er konnte nicht aufdrehen. Solltest du lieber da drüben sitzen? Einfach mal deine kleine, süße Zuckerschmute. Zuckerschmute? Sollts nicht bei mir ins Licht gehen, das weiß ich nicht. Ja, stopp! Da hinten, das sind die Bildplätze. Hier sitzt die Crème de la Crème. Aus der ersten Abfahrt. Und wir fahren noch mal. Das war schon mal nur wegen den Zahnflachen. Genau. Die schönsten Plätze sind im Bug. Und wenn er dann eine Vollbremse macht, dann machen die alle... Nun geht's. Hält das automatisch die Waage? Ja. Kann nicht mehr verwackeln. Sag mal, du hast alles das, was der Mensch nicht braucht, oder? Ja. Kann das sein? Ja. Aber was gab's für 64 Euro statt 199? Da hab ich gedacht, das musst du kaufen. Ja, da kannst du nichts falsch machen für das Geld. Was ist denn jetzt mit dem Motor da? Ganz ansprechend. Sie ist doch noch nicht so weit. Sie ist doch noch nicht so weit. Ja, sie muss noch nicht so weit. Ja. 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 Prezybertivin, das ist natürlich günstiger. Das ist marion. Aber es wird nichts hier hinten. Keine kleine einzige Kleberkrone, die ist zu Hause in der Panela und die Knochenknecke. Sie sieht ja immer aus, dass es immer gut ist. Es gibt Gurersauger, aber ihr wollt es da ecken? Also bald sind die Dachstrahlen und die Dachstrahlen.